Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht Arne von den Kurswechslern. In der heutigen Episode habe ich mir mit meiner Kollegin Alina die Frage gestellt, wie bekommen Unternehmen eigentlich Komplexität in den Griff? Und müssen sie das überhaupt? Wir werden versuchen deutlich zu machen, dass auch Organisationen, genauso wie wir Menschen, wahrnehmen, Informationen selektiv auswählen und verarbeiten und dass die Art und Weise, wie sie das tun, sehr entscheidend für den Umgang mit Komplexität ist. Wir gehen auf die Mechanismen ein, die Menschen helfen oder manchmal auch hindern, die Flut an Informationen aus ihrer Umwelt zu verarbeiten, Wahrnehmungsfilter, Verzerrungen und die kleinen Tricks unseres Gehirns, die uns helfen, das Wesentliche herauszufiltern. Doch wie sieht es eigentlich dann aus auf der Ebene von Organisation? Was passiert, wenn ein ganzes Unternehmen gefühlt unter dieser Informationsflut zusammenbricht? Alina und ich übertragen dieses Konzept auf die Strukturen und Prozesse von Unternehmen und zeigen auf, warum klassische Organisationen heute oft überfordert sind und warum es neue, flexiblere Strukturen braucht, um dieser Komplexität zu begegnen. Viel Spaß beim Hören. Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertvoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Ich sitze hier im virtuellen Podcast-Studio mit meinem Kollegen Arne. Und Arne und ich haben uns für heute ein Thema rausgegriffen, was uns, ich glaube, seit Tag 1 bei Kurswechsel begleitet. Es geht um Komplexität und Komplexitätsreduktion. So, man könnte meinen, ein bisschen Nerd-Thema, weit gefehlt. Komplexität beschäftigt uns alle, insbesondere in den Organisationen. Und manchmal habe ich den Eindruck, es entsteht ein Konflikt, weil wir den ganzen Tag mit dieser Komplexität umgehen, eigentlich total automatisch und unbewusst. Und in dem Moment, wo wir über Organisationsberatung oder Entwicklung nachdenken und dieses Thema in den Fokus rücken, kriegen wir auf einmal irgendwie ein Problem, weil dieses Konzept kaum zu fassen ist. So kommt mir das jedenfalls vor, Arne. Deswegen freue ich mich total, mit dir da heute drüber zu sprechen. Moin. Lass uns doch mal rein starten mit einer kurswechseltypischen Definition von Komplexität. Magst du das Konzept mal schärfen? Ja, aber ich versuche, das in einer Minute zu machen, weil man sicherlich sich da auch mehr Zeit für nehmen könnte. Also etwas vereinfacht ist, oder was ist Komplexität nicht? Wir denken oft, gerade auch in Organisationen, in so linearen Prozessen. Also wenn, dann Logiken. Und jetzt, das ist nicht neu, aber sicherlich verstärkt, während wir darüber reden, sind Organisationen damit konfrontiert, dass sich die Umwelt, sagen wir, dann ja verändert. Also, dass da Dinge miteinander und aufeinander wirken und damit auch eine gewisse Dynamik entsteht, sagen wir, weil sich das gegenseitig potenziert, könnte man sagen. Also kurz und knackig, da passieren Dinge, die kann ich nicht von langer Hand planen und die kommen dann auf mich zu und ich stelle fest, sie sind relevant und ich muss damit umgehen. Aber ich habe mir noch nicht gestern überlegen können, was mache ich eigentlich, wenn, höchstens in Form von Szenarien oder so. Also das meint Komplexität. Da ist viel in Bewegung. Wir sprechen ja auch von VUCA häufig in diesem Problem. Und ich glaube, am Anfang hilft es, da ein Beispiel für zu machen und das vielleicht auch abzugrenzen von einem, ich sage mal, komplizierten Problem. Wie grenzt du das ab? Na, durch diese Wenn-Dann-Logik. Das wäre kompliziert für mich, ne? Also ich habe gestern ein Problem gelöst, das kommt heute genau so wieder und wenn ich da irgendwie gut war, dann habe ich mir gemerkt, wie ich das gestern gemacht habe. Jetzt spule ich das genauso wieder ab. Also bestenfalls habe ich noch aufgeschrieben, wie ich es gemacht habe in einem Prozess. Und die Lösung von gestern hilft exakt so, wie ich sie gestern gemacht habe für das Problem von heute. Das wäre ein kompliziertes Problem. Also in der Massenproduktion das immer gleiche Fertigungsteil zu bauen, sozusagen. Nach genau den Konstruktionsplänen, wie sie entworfen sind, heute, gestern, morgen und so weiter. Das ist kompliziert. Immer wieder den Standard abspulen. Komplex ist es, wenn es sich verändert. Wenig bis stark, aber das ist schon Komplexität. Genau, und ich glaube, da ist es wichtig, sich nochmal vor Augen zu führen, Komplexität ist dadurch geprägt, dass sie auch so einen gewissen Eigensinn hat, könnte man vielleicht sagen. Also du hattest jetzt ja gerade auch die Technik angesprochen, ne? Also ganz blöd gesagt, wenn mein Drucker kaputt geht, dann bin ich mir, obwohl ich mir manchmal nicht ganz sicher bin, eigentlich schon sehr bewusst, dass der Drucker kein Eigenleben hat. Das ist ein technisches System, der funktioniert. Oder funktioniert eben auch nicht. Und wenn er nicht funktioniert, dann kann ich gegebenenfalls bei, keine Ahnung, YouTube, den Typ des Druckers eingeben und sagen, das ist der Fehler und dann kann ich es googeln und dann kann ich es beheben lassen. Also ich kann mit Wissen irgendwie darauf reagieren. wohingegen alles, wo irgendwie, ich sag mal, Menschen oder auch eine soziale Dynamik am Start ist, schon mal von Hause aus eine Komplexität da ist. Also schönes Beispiel, was wir ja in der Beratung häufig erleben, Kundengespräche. Kundengespräche, Erstkontakt, da könnte ich einen Leitfaden für machen, der wäre immer falsch. Ja. Der wäre immer falsch, weil jedes Kundengespräch irgendwie ein bisschen anders ist und deswegen ergibt es keinen Sinn, da irgendwie einen Prozess an der Stelle für aufzusetzen und zu sagen, wenn das, dann reagierst du so, weil die Dynamik, also dieses Gespräch viel, 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 viel höher ist als das, was irgendwie, naja, so ein schöner Gesprächsleitfaden abbilden könnte. Okay. Wir haben uns für die Podcast-Folge Folgendes überlegt, und zwar, dass wir einmal Komplexität im Gehirn anschauen und einmal Komplexität in Organisationen, denn Gehirne und Organisation haben eins gemeinsam, sie reduzieren Komplexität eigentlich fortwährend. Und wir haben so ein bisschen so eine Unterteilung irgendwie uns rausgearbeitet, das heißt, ich starte jetzt gleich einmal mit, wie fängt sich Komplexität eigentlich im Gehirn auf, was macht unser Gehirn mit den ganzen Informationen aus der Umwelt und dann gehen wir rüber ins Thema Organisation. Ich vermute, wir werden beide zu beidem so ein bisschen was sagen, weil du bist genauso wie ich Psychologe und kennst auch diese ganzen kognitionswissenschaftlichen Hintergründe, deswegen vermute ich, spielen wir uns den Ball da ohnehin so ein bisschen zu. Ich starte trotzdem mal. Komplexitätsverarbeitung im Gehirn ist eine super spannende Sache, denn du hast eben schon gesagt, Komplexität haben wir immer dann, wenn in der Umwelt viel los ist. Und so platt kann ich das an der Stelle auch irgendwie mal stehen lassen. Jetzt ist es so, dass unser Gehirn gar nicht alle Informationen, das ist, glaube ich, auch relativ klar, am Start haben kann. Das heißt, wir sind ja von so vielen Reizen umgeben, dass das Gehirn schon automatisch eine Art Vorfilterung annimmt, bevor es überhaupt irgendwie in unseren bewussten Wahrnehmungs- und Verarbeitungsprozess losgeht. Das kennt man, glaube ich, auch. Es gibt ja diesen schönen Cocktail-Party-Effekt. Man steht auf einer Party, es ist total laut, man kann sich irgendwie kaum konzentrieren und unser Gehirn wird es trotzdem schaffen, aus einem Gespräch gewisse Informationen zu ziehen oder sich da akustisch drauf zu fokussieren. Man nennt das auch irgendwie selektives Hören. Das ist schon eine Art und Weise unseres Verarbeitungsapparates mit zu viel Information umzugehen. Das heißt, das, was unser Gehirn den ganzen Tag macht, ist eigentlich mit sogenannten Heuristiken und Schemata zu arbeiten. Das heißt, es wird immer über Abkürzungen gegangen. Wir haben niemals die ganze Abbildung der Welt irgendwie zugänglich, sondern es ist immer so, dass wir nur verkürzte Informationen bekommen, damit wir, und das wird uns gleich bei Organisationen auch wieder begegnen, schneller Entscheidungen treffen können. Dazu gehört auch einmal, und dazu haben wir auch schon eine Podcast-Episode gemacht, das Thema Bauchgefühl. Wie häufig haben wir das, dass wir in eine Situation reinkommen und denken, ja, kommt mir vielleicht bekannt vor, man fühlt sich irgendwie wohl und es fällt einem total leicht, gewisse Entscheidungen zu treffen. Und dann wiederum gibt es Situationen, natürlich auch im Arbeitskontext, wo man irgendwie so ein schräges Gefühl hat. Ich denke, ach, weiß ich jetzt auch nicht. Und das ist keinesfalls irgendwie esoterisches Gefühl, sondern da geht es meistens darum, dass Erfahrungen aus der Vergangenheit abgespeichert worden sind, die in dem Moment, in der Situation wieder angetriggert werden und auf die wir uns unterbewusst beziehen können. Und das ist natürlich gerade im Komplexen total wichtig, weil wir in einer, oder beim Umgang mit Komplexität, immer vor Augen uns führen müssen, dass wir eine komplexe Situation nicht durchanalysieren können. Also da kommen so viele Informationen auf einmal, dass wir uns eigentlich nur durch ein kluges Voranirren den Weg durch das Geschehen bahnen können. Und dabei hilft beispielsweise eben auch dieses Bauchgefühl. Alina, vielleicht nochmal zu dem Cocktailparty-Effekt. Also wenn wir gleich auch und wir benutzen oder verweisen dann ja auch hier im Podcast immer mal wieder auf diese ominöse Systemtheorie, auf die wir uns auch beziehen, dass und in dieser Systemtheorie steckt das Konzept der Selbstreferentialität. Das ist ein Fachbegriff, den brauche ich eigentlich nicht in der Praxis, aber hier lässt er sich ganz gut erklären an diesem Effekt. Also jeder hat das schon mal erlebt, um das nochmal stark zu machen mit diesem Cocktailparty-Effekt. Da werden ja minütlich tausende Worte in dem Raum gesagt und dann sagt jemand Ahne und ich habe es so vor, also am anderen Ende des Raumes und ich gucke da hin. Das ist dieses, das System, also in dem Fall mein Gehirn, prüft permanent, hat das was mit mir zu tun? Also evolutionär, vielfach mit, ist das gefährlich für mich? Und das meint diese Selbstreferentialität, die sowohl wir als Menschen mit unserem Bewusstsein haben, als auch, kommen wir gleich hin, Organisationen, die nämlich genauso filtern. Genau. Das ist halt total der Punkt und das Gehirn ist eben auch Meister darin, diese, naja, diese Filter anzuwenden, um uns eben nicht kognitiv zu überfordern. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ich bin jetzt ja nun keine klinische Psychologin, wie das bei, man sagt in Anführungszeichen, Störungsbildern wie Autismus und Co. aussieht, wo gewisse Filter nicht funktionieren, also dieses, oder weniger funktionieren, und ich lehne mich da gerade weit aus dem Fenster, weil ich den genauen Diagnosebegriff da gar nicht auf dem Schirm habe, aber ich habe es aus den Vorlesungen immer so im Kopf, dass da teilweise diese Filterung nicht funktioniert, dass Reize total präsent sind, also man kennt das, glaube ich, auch wenn du irgendwie so einen Ticken einer Uhr im Raum hast, dann konzentrierst du dich da nicht drauf, du bist im Gespräch und wenn dann aber jemand sagt, oh, dieses Ticken der Uhr nervt mich, dann kriegst du das auf einmal nicht mehr weggefiltert. Und jemand, der beispielsweise im Autismus-Spektrum unterwegs ist, der hat dieses Ticken der Uhr die ganze Zeit präsent, weil er das nicht, man sagt, im Fachsprech habituieren kann. Und das ist ja, wenn man sich das mal so vor Augen führt, irgendwie eine Meisterleistung, weil unser Gehirn da jeden Tag automatisch, im besten Fall, mit umgeht. Führt natürlich auch zu Herausforderungen, wir haben das bei uns im Leadership-Programm auch thematisiert, dass wir gewisse kognitive Verzerrungen haben, wie den Confirmation Bias, also die Tendenz, du hattest eben von Selbstreferenzialität gesprochen, sich selber zu bestätigen, also man hat eine These im Kopf. Das hat damit zu tun, klar. Genau, man hat eine These im Kopf und die versucht das Gehirn den ganzen Tag zu bestätigen. Also wenn ich dir jetzt die Frage stelle, hier, ich hab irgendwie eine Zahlenreihe abgebildet von 2, 4, 6, nennen wir mal die nächsthöhere Zahl. 8. So. Und die Aufgabe wäre jetzt an der Stelle irgendwie gewesen, findet die Regel, die dahinter liegt, die meisten Leute sagen 8. Das ist tatsächlich nicht die Regel. Und was dann anfängt, ist häufig... Genau. Ist meine Regel. Genau, ist meine Regel. Und was aber häufig passiert ist, die Leute fangen an zu testen, passt die 16, ich sag immer, ja, passt zur Regel, passt zur Regel. Und was häufig nicht passiert, ist, dass sie auf der Suche sind nach einer Zahl oder Ziffer, die nicht in die Zahlenreihe passt. Und das ist so ein schönes Beispiel für diesen Bestätigungsfehler, dass wir uns mentale Modelle zum Erfassen dieser Welt bauen, die wir kontinuierlich versuchen, zu bestätigen, weil das so ein schönes Gefühl der Kohärenz, also der Stimmigkeit in unserem Gehirn erzeugt, wohingegen eine Information, die da nicht so reinpasst zu unserer Vorannahme, erstmal eine Störung erzeugt. Also das ist Lernen eigentlich. Eigentlich wäre das Lernen und das braucht mehr Energie und das ist eben halt dann genau die Herausforderung. Das finde ich schön jetzt, dass du das Wort Lernen damit in Verbindung bringst. Ich wollte sagen, es sind ja Vereinfachungen, die ich mache. Ja, genau. weiter geht's. Und auf der Basis mache ich mir die Welt sozusagen. Ja, genau. Und jetzt kann man schon, jetzt haben wir hier gleich schon den slighten Move in Richtung Organisation. Das ist ja was, was die Kommunikation auch gestaltet zwischen Menschen, weil wir permanent im Austausch dieser, ich sage jetzt mal, mentalen Modelle sind und das führt natürlich auch teilweise zu Konflikten. Manchmal auch nicht, aber es hat schon einen Grund, wenn Luhmann irgendwie an der Stelle sagt, Kommunikation ist hochgradig unwahrscheinlich. Eins will ich noch sagen, das ist irgendwie ein neueres Phänomen, da habe ich neulich auch mit unserer lieben Kollegin Steffi viel drüber gesprochen, was uns aktuell extrem auffällt in vielen Unternehmen ist, dass wir sehr viel mentale Erschöpfung wahrnehmen bei den Menschen. Also so ein bisschen so eine Stimmung von ich kann nicht mehr. Insbesondere nach Corona bis jetzt eigentlich. Also etwas, was ich vorher so gar nicht wahrgenommen habe. Und unsere These dazu, Steffi und ich haben viel drüber gesprochen, dass das genau auch was mit der Verarbeitung von Komplexität zusammenhängt, weil gerade, oder ja, zusammenhängt, weil gerade nach dieser extrem anspruchsvollen Zeit, alle im Homeoffice, neue Situationen, Gehirn im Krisenmodus, habe ich so ein bisschen das Gefühl, es war zu viel und das Stresslevel war auch zu viel und das führt Leute eben in diesen Zustand der, keine Ahnung, mentalen Erschöpfung und das ist was, was uns im Moment extrem viel unterkommt. Ja. Das ist spannend an der Stelle. Ich mache das mal ganz bewusst, weil ich kann nicht sagen, ich kann nicht sagen, das ist nicht so. Ich kann aber sagen, ich nehme das aktuell nicht stark wahr. Also um dich oder gleichzeitig mich ja auch mal zu entlarven, so mit diesem, ich bin gerade in Beratungsprojekten unterwegs, die wahnsinnig spannend sind, wo dieses, wo gerade Innovation, eher etwas ist positiv, da wird Neugier geweckt, da haben Leute Bock, irgendwie Dinge weiterzuentwickeln. Wenn du jetzt sagst, mal so als, ich sag mal, auf der Cocktailparty sagst du zu mir, die Leute sind ja gerade total gestresst und überlastet in Organisationen, dann löst das bei mir eine Störung aus. Ja, ist spannend. Weil ich sage, nee, das stimmt doch gar nicht. Doch! Das stimmt doch gar nicht. Also meine Welt ist eine andere, ne? Ja. Ja. Es ist total spannend und ich könnte das sogar, also jetzt könnte man ja also versuchen, du hast ein anderes Muster als Steffi und ich an der Stelle, dass man sich die Frage stellt, woran hat es denn hier liegen oder woran könnte es liegen? Und wenn ich meine Beratungsmandate angucke und meine Kunden, dann sind die oder kommen die im Moment stark aus einem bestimmten Sektor, sehr traditionelle Organisationen, die auf einmal, boah, verdammt stark an ihre, an eine Veränderung der Rahmenbedingungen, also der Strukturen, ran müssen und wo die Welt in diesen Organisationen komplett aus den Fugen gerät und man einen spannenden Move macht, nämlich ganz viel auf die Personen abwälzt. Und diese Personen sind gerade extrem überfordert und dadurch, jetzt habe ich das hier alles sehr linear versucht zu erklären, so ist es natürlich nicht, aber Hypothese kommt viel mentale Erschöpfung zustande. Sind wir jetzt ja eigentlich schon genau bei dem nächsten Kapitel Komplexität in Organisationen? Genau, da wollte ich auch gerade hinspringen. Also das, was wir jetzt irgendwie gerade so blumig und vielleicht auch etwas unscharf umschrieben haben, ist ja auch, wie bildet unser Gehirn eigentlich Denkstrukturen aus? Den Begriff habe ich eben schon benutzt, an die ich dann das, was ich so den ganzen Tag wahrnehme, anschließen kann, damit meine Welt irgendwie Sinn ergibt. Und nichts anderes machen Organisationen auch. Das sind da dann eben nicht Denkstrukturen, sondern Strukturen entlang derer, wir sagen dann ja, Kommunikation stattfindet und auch da muss Vereinfachung stattfinden, weil da draußen, genauso wie bei Menschen und ihrem Gehirn, passiert ja wahnsinnig viel in der Geschäfts-, Unternehmens- und Arbeitswelt und irgendwie muss ich das verarbeiten. Wie machen Organisationen das? Sie gucken, dass sie so eine ihrer wesentlichen Kernfunktionen oder wahrscheinlich die wesentliche Kernfunktion aufrechterhalten können, nämlich dass Entscheidungen getroffen werden. Und die Strukturen sind in der Regel, das kennen wir jetzt alle, gewisse, also wir nennen das dann ja Entscheidungswege, Hierarchien, Abteilungen, Strukturen, Teamstrukturen und so weiter. Es sind die Entscheidungsprogramme, also Regeln, Prozesse, wer darf was, wann, wie entscheiden und so weiter. Und dann passiert natürlich auch das, was du gerade schon angedeutet hast. Es wird, wir sagen dann ja, über die Entscheidungsprämisse Personal gearbeitet, das ist passend so, aber eben auch viel argumentiert. also Abteilungsleiterin Müller hat sich da fehlverhalten und deshalb ist es jetzt nicht und deshalb funktioniert das Change-Projekt nicht. Ja, die performt nicht, ne? Genau, das sind ja erstmal so die Kommunikationsstrukturen in Organisationen, die dann dazu beitragen, dass Komplexität reduziert wird. Und auch da gilt natürlich, die haben sich immer in der Vergangenheit ausgebildet, weil sie da funktionieren mussten und jetzt sind Organisationen auch damit konfrontiert, wir haben es eben gesagt, dass da ganz viel passiert da draußen in der Umwelt, also all diese, wir sprechen ja von Megatrends, Digitalisierung, demografische Wandel, die geopolitischen Unruhen, die wir gerade also überall auf der Welt knallt, gefühlt, mal sehen, wie nächste Woche die Wahl ausgeht, mal sehen, wie nächstes Jahr die Wahl ausgeht, also ohne, dass es jetzt ein politischer Podcast werden soll, all das hat plötzlich Einfluss. Früher sagte man, und wenn in China ein Sack Reis umfällt und damit war gemeint, interessiert mich nicht, was China passiert, spätestens seit Covid wissen wir, dass wir so globalisiert sind, dass wir das auch nicht ignorieren können, also zusammenfassend diese Umwelteinflüsse, die plötzlich eine Relevanz haben und damit auch die Notwendigkeit, Dinge zu verarbeiten, die ist massiv angestiegen für Organisationen und viele von denen, mit denen wir ja auch arbeiten, versuchen das zu verarbeiten mit komplexitätsreduzierenden Strukturen, die eben für eine Welt gemacht sind, die deutlich weniger komplex war. Und da kommt jetzt, glaube ich, Ashby um die Ecke, ne? Genau, also soll ich das sagen? Also innere Komplexität, äußere Komplexität. Ich habe jetzt ja mal so in einem Abwasch quasi versucht, deutlich zu machen, die äußere Komplexität, also das, was um mich, mich, Organisation herum los ist, nimmt wahnsinnig zu. Und jetzt hat der liebe Ashby ja gesagt, ich weiß nicht, ob ich es gerade richtig zitiert kriege, die Komplexität eines Systems muss mindestens der Komplexität, der Umweltkomplexität entsprechen, um, ich kriege es gerade nicht sauber. Komplexität begegnen zu können. Um Komplexität, also ich muss, ich muss auf die Komplexität da draußen adäquate, komplexe Antworten im System finden, sonst gehe ich unter. Das ist so die vereinfachte Fasche. Der ist ja ganz einfach, aber was meint er jetzt damit? Ja, das klingt ja auch erst mal recht logisch. Das meint erst mal, dass viele der Unternehmen, die, ich versuche mal nicht so schwammig zu reden, sehr tradierte Strukturen haben, also klassische Hierarchien, klassische Abteilungsverantwortlichkeiten, die, Klammer auf, auch heute eine wichtige Funktion haben, aber ganz vieles von dem, was da an Komplexität auf mich einprasselt, nicht mehr gut abbilden können. Und das merken ja Organisationen. Ja, und da kann man, glaube ich, nochmal eben den, den kurzen Schwenk zu unserem lieben Herrn Taylor machen. Also, wir bummeln mal so ein paar hundert Jahre zurück, noch nicht mal hundert, hundertzwanzig Jahre roundabout, so im Umkehrschluss. Der hat damals erkannt, dass, wenn die, wenn die Märkte weit und global sind, ich ja eigentlich nur ein Problem zu bewältigen habe, nämlich das Problem der Effizienz, mit möglichst geeigneten Produktionsmitteln möglichst viel produzieren, um das dann eben absetzen zu können. Also, ging gar nicht mehr darum, irgendwie spezielle Marktbedürfnisse beliefern zu können, sondern ging erst mal nur darum, herstellen, abfertigen und dann in Umlauf bringen. So, jetzt hat sich die Welt ja tatsächlich, das sagtest du gerade, stark verändert und auf einmal haben wir keine weiten globalen Märkte mehr, sondern globale und enge Märkte, findet sich in dieser Aussage wieder, es interessiert auf einmal, was irgendwie in China passiert oder beispielsweise in den USA und wir haben nicht mehr das Thema der Effizienz, sondern der Innovation. Warum ist das jetzt so entscheidend? Weil viele Organisationen eben noch gebaut sind, ja, für den Markt von vor schnuckeligen 80 oder 100 Jahren, also diese Strukturen, die wir teilweise haben, wie die Trennung von Denken und Handeln, also Management, oben wird gedacht, unten wird gemacht, siloartiges, abgeteiltes Arbeiten oder auch diese Langfristplanungen, die kommen auf einmal an ihre Grenzen, die waren damals super gut geeignet, um Komplexität zu reduzieren und wir stellen jetzt aber genau fest, ha, 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 es braucht irgendwie ein bisschen mehr. Es braucht nämlich wieder dieses Reintegrieren von menschlichem Potenzial in die Wertschöpfung und das passt jetzt wieder ganz gut zu Ashby, weil der halt gesagt hat, du musst Komplexität mit Komplexität beantworten. Ja, also mal eben eins vorweg, was mir gerade auffällt, wenn wir, wenn unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ihr uns hört gerade und diese Podcast-Episode, dann ist diese Wahl schon gelaufen, die ich gerade angesprochen habe, das ist nämlich nächsten Dienstag und wir haben Sonntag. 9 Uhr 28. Ich habe gerade überlegt, ob ich das sagen kann, dass wir hier am Sonntag sitzen, Alina. Ist ja auch ein Podcast, ne? Also ja. Genau. Also ja, um nochmal, und das steht im Titel dieser Episode, Komplexitätsreduktion. Warum mache ich das denn als Organisation, um die Welt, die da stattfindet, auf ein handhabbares Maß irgendwie zusammenzudampfen? und da, also um Entscheidungen treffen zu können und um Konflikte, die möglicherweise entstehen, auch auflösen zu können, nicht lösen, auflösen, im Sinne von, es geht weiter. Zu bearbeiten. Genau, es geht jetzt weiter hier in dem Laden und es entsteht nicht Stillstand und das kann ich natürlich und das macht es, das ist fast so ein bisschen ein Paradox. Also das mache ich ja durch die Komplexitätsreduktion von diesen klassisch-taleristischen Strukturen. Genau. Ich sage ganz klar, wer ist für welches Thema verantwortlich, wer darf welche Entscheidung treffen, hierarchisch auch und jetzt stelle ich fest, eigentlich muss ich ein bisschen, wie man dann so schön sagt, flachere Hierarchien oder abteilungsübergreifend Zusammenarbeit fördern. Kostfunktionalität. Genau, und da kommen Organisationen jetzt ja in das Problem, das merken dann auch ganz viele, oh, jetzt haben wir Konflikte. Oh, jetzt fällt es uns total schwer, zur Entscheidung zu kommen, weil die lokalen Interessen immer noch da sind, aber nur für Teile unserer Problemumwelt sozusagen gemeinsam gelöst werden müssen. Und das ist das Paradox. Also durch die Reduzierung von Komplexität entsteht neue Komplexität, mit der ich irgendwie anders umgehen muss. Und jetzt lass uns mal vielleicht drüber sprechen, was machen wir jetzt? Also vermutlich werden unsere Hörerinnen und Hörer jetzt genauso schlau rausgehen wie vor einer halben Stunde so ungefähr, nämlich mit dem Problem, was immer noch da ist. Das lässt sich wahrscheinlich auch nicht auflösen, aber vielleicht kriegen wir es hin, so ein paar Dinge zum vernünftigen Umgang mit Komplexität nochmal zu benennen. Also was mache ich jetzt? So, Problem erkannt. Ich muss irgendwie Komplexität reduzieren, dafür brauche ich Strukturen wie zum Beispiel Hierarchien, Abteilung, muss ja nicht unbedingt klassisch sein, und gleichzeitig muss ich ganz viel über komplexere Strukturen, so will ich es mal formulieren, also mehr Freiheiten nachdenken, damit ich damit umgehen kann. Und was heißt das jetzt? Also ich glaube, der erste Punkt, der schon hilfreich ist, ist sich dieser Tatsache bewusst zu sein, denn auch einleitend zur Podcast-Episode sagte ich ja, das ist was, das läuft auch häufig bei uns so unbewusst ab. Wir gehen jeden Tag eben mit gewisser Komplexität um und wundern uns dann manchmal, warum Kommunikation in Organisationen oder auf Familiensystemen oder auf Freundesystemen nicht so funktioniert, wie wir das uns im Kopf irgendwie ausgemalt haben. Das heißt, dieses Bewusstmachen des Konzeptes, insbesondere in Organisationen, in Teamstrukturen, ist was, was ich als super relevant erachte. Und klammern wir gerade mal die Formalität ein bisschen aus, also beispielsweise die Hierarchie oder auch ja, gewisse Prozesse, die irgendwie eingezogen sind, finde ich sehr wertvoll, die Feedback-Schleifen zu reflektieren. Also im agilen Umfeld denkt man ja so schnell irgendwie an Scrum. Ich nehme das mal, um es sehr plakativ zu machen, da irgendwie über ein vernünftiges Review- und Retro-Format zu schauen. Hey, was haben wir denn inhaltlich geschafft und wie war unsere Zusammenarbeit? Das kann ich ja unabhängig vom Kontext, kann ich das ja institutionalisieren, um eben gemeinsam da drauf zu schauen, um also mehrere Gehirne aus der Runde, aus dem Team anzuzapfen und ja, da nochmal spannende Insights zu generieren. Das sieht jetzt keiner, du hast mir das rübergeworfen, bildhaft, wir haben uns ja auf Kamera. Ich würde mich auf die Strukturen stürzen tatsächlich. mach mal. und mal schauen, also wenn ich von Abteilungsstrukturen spreche, dann ist das ja auch schon eine Zusammenfassung, die in der Vergangenheit mal entstanden ist, dass man sagt, die und die Aufgaben gehören in das und das Silo, ich sag mal ganz bewusst so. Da mal zu gucken, habe ich eigentlich in Anführungsstrichen die richtigen Silos gebaut. Wir sprechen dann in dem Zusammenhang mit Komplexität häufig über Cross-Funktionalität, da steckt ja die übergreifende Zusammenarbeit schon drin, also kriege ich Abhängigkeiten, typische Schnittstellenprobleme aufgelöst dadurch, dass ich Menschen anders zusammenarbeiten lasse. Das muss ich dann natürlich auch in veränderten Entscheidungsverantwortlichkeiten und so weiter umsetzen. Und gleichzeitig, also vielleicht warne ich, gebe ich nochmal eine Warnung raus an dieser Stelle, weil wir ja durchaus beobachten, dass die Beratungskunden, mit denen wir dann arbeiten, immer mal so Modellfragen stellen. Wir wollen uns aber, wir lösen jetzt aber nicht die Hierarchie ab, weil es jetzt ja Beispiele gibt, wo das passiert ist oder müssen wir jetzt auch so eine Netzwerkorganisation werden oder 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 genau, gerade in IT sehr beliebt. Wir wollen das Spotify Modell einführen und es geht immer davon aus, dass es so jetzt das eine heilbringende System gibt. Also wenn wir das nur so umstellen, dann wird alles gut und dieses Paradox, das kriegen wir nicht raus, dass wir einerseits Komplexität reduzieren müssen durch Formalität, indem wir sagen, das Ja, das Nein, also auch durch Strategie, was tun wir, was tun wir nicht, welche Ziele setzen wir uns, also welche Zweckprogramme verarbeiten wir und andererseits bin ich darauf angewiesen, dass immer mal wieder auch aus diesen Strukturen ausgebrochen wird. Genau. Jetzt brauche ich eigentlich etwas, sowas wie, man könnte das ein Dual Operating System nennen. Ich brauche einerseits eine Struktur, die mit dem regelbasierten, prozesshaften Problem, Klammer auf, aus der Vergangenheit, die heute wiederkommen, gut umgehen kann, also sehr effizienzgetrieben und ich brauche ein System, was eher auf Basis von Prinzipien und Offenheit und deutlich mehr Selbstorganisation der Menschen in der Lage ist, auf Überraschungen aus der Umwelt reagieren zu können. Ja, und das finde ich gut, dass du nochmal darauf hinweist, dass es nicht, dass es das eine heilende System gibt und das ist halt was, es werden ja immer Folgeprobleme entstehen, auch wenn man sich jetzt bei Strukturanpassungen die durchaus ja kluge Frage stellt, welche Silos müssten wir denn neu bilden, um der Komplexität besser zu begegnen, das sagt ja auch schon, eine gewisse Siloartigkeit werden wir immer haben, auch bei cross-funktionalen Teams, auch das ist ein Silo und das ergibt ja auch Sinn. Das heißt aber ja im Umkehrschluss auch und das hattest du eben auch schon gestriffen, das Thema, dass an der Schnittstelle immer wieder neuer Konflikt entstehen wird beziehungsweise in dem Moment, wo Komplexität reduziert wird, wird irgendwann Konflikt entstehen, weil man ja auch mit der anderen Wahrheit um die Ecke kommen könnte und das wiederum lenkt mich jetzt gerade nochmal zurück auf die psychische Ebene. Wenn ich mich eine Fähigkeit brauche in Organisationen heutzutage, ist es Konfliktfähigkeit oder diese Auseinandersetzung mit es könnte auch anders sein und das ist auch in Ordnung. Also, weil wir jetzt ja gerade thematisiert hatten, wie könnte man sich dem Ganzen nähern, einmal auf der organisationsstrukturellen Ebene, aber auch, was brauchen vielleicht Personen, die in Organisationen unterwegs sind, mehr denn je. Einmal, glaube ich, dieses vernetzte Denken und Arbeiten, das ist einfach ein Zeichen unserer Zeit, aber auch die Auseinandersetzung mit Konflikt. Also, das ist, glaube ich, eine Kompetenz, die, ja, die werden wir brauchen, mehr denn je. Ich gucke dich gerade mal so an, irgendwie fühlt sich das gerade für mich sehr stimmig an. Du nix. Das können die Zuhörer und Zuhörer auch nicht sehen. Arne, mir hat großen Spaß gemacht. Gibt es ein Highlight oder einen Gedankenanstoß, den du gerade noch teilen möchtest, bevor wir aus dieser Episode rausgehen? Ja, also das, was wir ja auch immer gedanklich verarbeiten, aber dann auch in unseren Beratungsmandaten, ist diese Paradoxie von, wenn ich jetzt das mache, um Komplexität adäquat zu reduzieren, dann entsteht neue. Und aus diesem, es gibt so ein schönes Kinderlied, das heißt A Bear Climbed Over a Mountain. Kennst du das? Nein. Das ist der ganze Text. A Bear Climbed Over a Mountain and what do you think he saw another mountain? Und das Lied, und dieser Text wiederholt sich drei Minuten lang in diesem Kinderlied und eigentlich ist es ja in Organisationen auch nichts anderes. Also ich nehme wahr, wie ist meine Umwelt heute und welche Probleme sind zu lösen und jetzt überlege ich mir, wie kriege ich das strukturell aufgelöst und in dieses strukturell, was ich gerade benenne, nehme ich auch mal die informelle Struktur mit rein, die Kultur. und dann entstehen gewisse Veränderungen, entweder weil ich sie aktiv vorantreibe oder weil das, was wir dann wirklich selbst Organisationen nennen, einfach passiert in Organisationen und jetzt ist der Bär über den Berg geklettert und man denkt, puh, endlich und dann sieht der Bär den nächsten Bär und das ist ja auch irgendwie was Schönes, weil es wäre ja auch langweilig sonst. Das vielleicht nehme ich mal so als abschließenden Gedanken mit raus aus unserer Episode. Ja, du hast jetzt gerade bei mir was angetriggert, das ist so ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier nur anders, ne? Ja. Also, in diesem Sinne, Arne, mir hat es Freude gemacht, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, bis denn. Tschüss. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt www.kurswechsel.jetzt www.kurswechsel.jetzt